Oh Junge, er reicht mich trotzdem nicht. Oh, der Kopfkopf, den Kopf! Habt ihr das gesehen? Es ist Kopfkopfung am Start! Und nein, sie haben verhindert, dass ich den als dritten Kopf mitnehme! Weil sie selber den Kopf mit sie genommen haben, aber ich hab den zweiten noch nehmen können. Oh, habt ihr das gesehen? Kopfkopfung! Das ist ja wirklich Kochception hier!